Bala Linganasana ist die kindliche Lingastellung oder auch die Stellung des kindlichen Strahlens. Im Stehen beuge ein Knie, ziehe das Knie zum Brustkorb hin und winde die Arme um den Unterschenkel, um das Schienbein und verschränke die Hände um die Ellbogen oder Oberarme. Atme dabei tief ein und aus. Diese Stellung hilft zum einen das Gleichgewicht zu entwickeln, zum zweiten ist eine gute Übung für die tiefen Bauchorgane und sie gehört auch zur Gruppe der Muktyasana Asanas.